Ich habe gerade nachgesehen in meinen Notizen, welche Themen ich noch ansprechen möchte. Und ein Thema, warum es sich echt schmunzeln, wie befreiend es ist, langweilig sein zu dürfen. Das habe ich die letzten fünf Jahre angefangen zu üben, dass ich mich immer wieder damit auseinandergesetzt habe, dass ich lernen möchte, langweilig sein zu dürfen, dass ich lernen darf, ein ganz einfaches Leben zu haben, dass ich nichts Besonderes sein, tun, machen oder geben muss, um irgendwie geliebt werden zu dürfen. Und dass ich auch zum Beispiel in Beziehungen nicht mehr die ganze Zeit dann noch strebe, dass ich jeden Tag irgendwie für jemand anderen interessant sein muss, damit er bei mir bleibt, damit ich ihn bei mir halte, damit er bloß nicht das Interesse verliert. Ich habe das irgendwann halt so anstrengend empfunden, dass ich lauter solche Prägungen und Muster hatte und ich immer das Gefühl hatte, ich muss jeden Tag irgendwas bieten, damit ich liebenswert bin oder geliebt werden darf oder damit der andere bloß nicht das Interesse an mir verliert. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich die Verantwortung die ganze Zeit übernehme, damit der andere bei mir bleibt. Und ich fand das ultra anstrengend, also, dass ich einfach nie mich mal fallen lassen durfte und loslassen durfte und einfach mal nicht darüber nachdenken muss, wie ich jemanden bei Laune halte. Und meiner Meinung nach ist das bei mir einfach auch auf bestimmte Prägungen zurückzuführen gewesen, dass ich irgendwie aufgewachsen bin und eigentlich immer nur danach gelebt habe, wie andere mich haben wollen, damit ich Energie verdient habe, damit ich Liebe verdient habe, damit ich bloß nicht noch mehr ausgegrenzt und ausgestoßen werde. Und dass ich auch immer wieder gehört habe, dass ich so wie ich bin, ich liebenswert bin, dass mich so wie ich bin keiner mag, dass keiner bei mir bleiben wird, wenn ich so bin, weil ich in den Augen von anderen Menschen unfassbar böse war und schlecht. Und wenn ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, zum Beispiel, dass ich mir psychisch helfen lasse und in eine Klinik gehe, dann bin ich abgewertet worden, dass ich sozusagen keinen Partner zum Beispiel verdient habe, weil ich so ein böser Mensch bin. Und ich bin ja dann trotzdem gegangen und es war auch gut so. Und ich möchte damit nur verdeutlichen, wie krass das ist, was ich gehört habe und was ich über meine Person gelernt habe, dass ich sozusagen gelernt habe, wenn ich krank bin und Hilfe brauche, dann verlässt mich mein Partner, dann habe ich es nicht mehr verdient, die Zuneigung und Unterstützung von jemandem zu bekommen, warum der mich eigentlich lieben sollte und was ich für krasse Sachen mitbekommen habe und immer wieder gehört habe und dass ich immer wieder gelernt habe, selbst wenn ich krank bin, hast du keine Unterstützung verdient, keine Liebe verdient, werden dich Menschen verlassen. Und heute weiß ich schon mehr, dass diese Menschen im Grunde über sich selbst geredet haben und dass das nur zeigt, wie traurig das in ihnen selbst aussieht und dass sie sich selbst so behandeln. Aber trotzdem hat das ja lange Zeit was mit mir gemacht und es hat mich ja trotzdem geprägt und immer wieder auch sich in meiner Realität gespiegelt. Und umso krasser ist es dann, wenn man umso mehr psychische Probleme hat und dann immer wieder sich solche Glaubenssätze spiegeln, dass man ja irgendwie immer wieder gespiegelt bekommt auch. Jetzt hast du aber das und das nicht mehr verdient oder bis hierher und nicht weiter, mehr Unterstützung hast du aber nicht verdient. Also das ist jetzt aber wirklich die Grenze und so weiter. Und das ist irgendwie total krass, was da teilweise in uns abgespeichert ist, was wir da teilweise für Muster und Prägungen mitbekommen oder in dem Fall bei mir. Und die letzten Jahre habe ich mich mit ganz vielen Themen auseinandergesetzt und eben eins davon war, dass ich es verdient habe, einfach mal von meinem Gegenüber loslassen zu dürfen und das Recht habe, mich einfach mal auf mich selbst zu konzentrieren. Und ich musste es persönlich extrem stark lernen, weil ich das nicht konnte. Ich wusste auch gar nicht, was mein Leben überhaupt ausmachen soll oder was ich mit meinem Leben überhaupt anfangen soll oder welche Interessen ich überhaupt habe. Also das baut sich alles jetzt erst langsam auf, dass ich überhaupt rausfinde, wer ich bin, was ich für Interessen habe, was ich gerne selber für ein Leben haben möchte, unabhängig von einem Partner oder Partnerin. Und dass ich auch eben langweilig sein darf und dass ich nicht den ganzen Tag in der Pflicht bin, für jemand anderen interessant zu sein, weil der andere Mensch hat auch ein eigenes Innenleben und eigene Gehirnzellen und er kann selber für sich auch Verantwortung übernehmen und für sich selbst entscheiden, wie er auf mich blicken will, sich selber reflektieren. Und egal, was ich gerade durchlebe, wie ich aussehe, was ich mache oder nicht mache, er kann für sich entscheiden, wie er mit der Situation umgeht. Und ich bin nicht in der Pflicht, ihm ein Programm zu bieten den ganzen Tag, damit er nicht auf komische Gedanken kommt oder gelangweilt ist von mir. Und selbst wenn jemand von mir gelangweilt ist, dann ist das total in Ordnung, weil ich glaube, dass es auch zum Leben dazugehört, dass man mal gelangweilt ist, dass man in einem Zustand der Langeweile ist und ich finde das gar nicht so schlecht, weil früher wollte ich das auf Biegen und Brechen vermeiden und dadurch bin ich aber immer angespannt gewesen, weil Langeweile hat auch was damit zu tun, dass ich mich entspannen kann in der Anwesenheit von jemand anderem. Und das heißt wiederum, dass ich auch demjenigen vertraue, dass wenn ich mich entspanne, dass er immer noch da ist, dass er nicht weggeht, dass ich mit der Bindung sicher sein darf, dass ich es verdient habe, dass jemand auch bei mir ist, wenn ich für denjenigen langweilig bin oder er für mich langweilig ist. Irgendwo finde ich, ist es auch ein Zeichen von einer stabilen, sicheren Bindung, wenn ich langweilig sein darf, wenn ein anderer mal langweilig sein darf und es ist auch ein Zeichen, dass man sich an den Menschen gewöhnt. Und dieses Gewöhnen ist nicht negativ und ich habe das früher immer als sehr negativ abgespeichert gehabt und habe immer versucht, dass ich mich an bloß nichts gewöhne, weil ich das als negativ assoziiert habe. Und das habe ich die letzten Jahre auch so hinterfragt und wollte es nicht mehr, weil es auch geheißen hat, dass ich nie ankommen kann, weil wenn man sich nämlich nie an etwas gewöhnen darf, dann heißt es, dass ich spätestens nach ein paar Wochen oder Tagen oder Monaten wieder gehen muss, weil ich mich ja dann daran gewöhne. Und das ist auch ein ganz normaler Zustand, dass man sich an Dinge gewöhnt. Und ich habe die letzten Jahre ganz bewusst geübt, dass ich mich daran gewöhnen darf, dass ich mich daran gewöhnen darf, mehr Energie zu empfangen, dass ich mich daran gewöhnen darf, dass ich satt bin, dass ich mich daran gewöhnen darf, dass ich gesund essen darf, dass ich genug essen darf, dass ich jederzeit essen darf, dass ich keine Essstörung haben brauche, dass ich dicker werden darf und dünner werden darf, dass ich mich daran gewöhnen darf, dass ich Dinge empfangen darf, sei es materielle Dinge, sei es emotionale Dinge, dass ich meine Katzen um mich haben darf und Liebe da sein darf, dass ich sprechen darf, zum Beispiel bei YouTube, dass ich meine Meinung sagen darf. Das sind lauter Dinge, an die ich mich gerne gewöhne, dass ich genug schlafen darf, dass ich einen Tagesablauf haben darf, der mir gut tut und nicht anderen Menschen, dass ich gut schlafen darf, dass ich Gewohnheiten, Rituale, Routinen und so weiter haben darf, die mir gut tun und so weiter und so fort. Also dass ich mich an Dinge gewöhnen darf, die mir gut tun, die mich gesund machen, die mich in eine gesunde Balance bringen. Dass ich mich daran gewöhnen darf, dass Menschen da sind, die es liebevoll mit mir meinen, die achtsam mit mir sprechen, die emotional reflektiert sind, die auf mich eingehen, die mir entgegenkommen, dass ich mich an ein liebevolleres Leben gewöhnen darf, dass ich mich daran gewöhnen darf, wie es ist, Grenzen zu haben, einen Schutz zu haben, Sicherheit zu haben, Energie verdient zu haben und dass alles ganz, ganz langweilig werden darf, weil das genau das ist, was ich nie konnte und nie durfte. Und dass ich es verdient habe, dass bestimmte Dinge langweilig werden dürfen, weil es heißt nämlich, dass endlich mal genug davon da ist und dass es regelmäßig genug da ist, sodass ich mich überhaupt daran gewöhnen kann. Und ich war früher in ganz, ganz vielen Hinsichten, die ich nicht gewöhnt war und die vor allem gut waren, liebevoll oder die mir gut getan hätten, wenn die mal da waren, dann war das so eine außergewöhnliche Situation für mich, dass ich dann total überreguliert war, also überaufgeregt und mich nicht so gut regulieren konnte. Und ich glaube, dass sich andere Menschen vielleicht manchmal gewundert haben, warum ich so gehypt bin von bestimmten Dingen oder von bestimmten Menschen, weil das für mich eben ein ganz außergewöhnlicher Zustand war oder eine ganz außergewöhnliche Sache, weil ich diese Dinge eben nie hatte oder nie bekam oder einmal im Jahr bekam und so weiter. Das geht schon los bei, ich darf Klamotten kaufen, ich darf mir Klamotten bestellen oder so, wo andere sagen, das ist ganz normal oder dass man eine liebevolle Geste bekommt, dass jemand für einen Kerzen ansündet, dass einem jemand eine Blume schenkt, dass man eine Liebeserklärung bekommt, dass man einen Menschen trifft, bei dem man sich wohl fühlt, dass man einem Menschen begegnet, der vielleicht sehr intellektuell oder liebevoll mit einem spricht oder zumindest neutral oder dass man eine bestimmte Art von Zuneigung bekommt oder liebevolle Worte, die für einen total außergewöhnlich sind, weil einfach das System das nicht gewohnt ist oder regelmäßig Geld oder regelmäßig Menschen, mit denen man sich austauschen kann, auf eine respektierte Art und Weise und so weiter. Und wenn du in einem Feld aufwächst oder bist, wo das einfach nie passiert oder wo solche Dinge nicht normal sind, weil dein Normalzustand einen ganz anderen ist, dann sind für dich, wenn du das dann vielleicht irgendwann mal erlebst aus Versehen und du eben andere Erfahrungen magst, diese Dinge total außergewöhnlich. Aber wenn man dann, finde ich, möchte, dass dieser außergewöhnliche Zustand wiederum der Normalzustand wird, weil der Zustand gesünder wäre, dann geht es ja darum, sich an dieses Außergewöhnliche zu gewöhnen, damit das wiederum der Normalzustand wird. Und wenn ich mich jetzt daran gewöhnen will, zum Beispiel, dass Menschen da sind, die eben respektvoll mit mir reden und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag, dann muss sich ja mein System quasi daran gewöhnen, indem es das immer und immer wieder erfährt, damit das System irgendwann sagt, das ist doch ganz normal, dass man so miteinander redet oder dass man das bekommt oder dass man das macht. Und so habe ich das auch die letzten Jahre versucht, dass ich mich an bestimmte Dinge gewöhne, weil ich weiß, dass sie mich in ein gesünderes, besseres Leben führen, in ein liebevolleres Leben und dass ich die Dinge, wo ich weiß, die sind sehr negativ, die tun mir nicht gut, als ungewöhnlich einstufen lerne und sage, das ist nicht gut für mich. Auch wenn mein System abgespeichert hat, dass das das Normale ist, weil ich das so gelernt habe, kann ich jetzt rational reflektieren, dass das für mich nicht normal ist und dass ich das weiter weggeben möchte, weiter aus meinem System wegschieben möchte und sagen möchte, nein, das tut mir nicht gut, das ist für mich nicht normal und ich möchte das nicht mehr in meinem Leben haben. Also sozusagen ein Ausmisten, wo ich sage, das tut mir gut, das darf näher zu mir und das andere tut mir nicht gut, das muss weiter weg. Und genau, das wollte ich heute mal mit dir teilen, dass es wirklich befreiend sein kann, sich an Langeweile zu gewöhnen, dass man auch ein langweiliger Mensch sein darf, dass es okay ist, ein langweiliger Mensch zu sein, dass es auch in Beziehungen okay ist, dass es Phasen der Langeweile gibt, weil das auch bedeutet, dass man sich vielleicht sicher in der Bindung fühlt und es nicht immer automatisch etwas Negatives sein muss, wenn man sich langweilt, sondern es hat auch ganz, ganz viele positive Aspekte, auch in anderen Bereichen, dass man sich mal langweilt, dass es Gewohnheit wird, dass es normal wird und ich finde, dass es einen extremen Kampf in sich selber beendet, wenn man sein ganzes Leben eben rumrennt und mit dem Gedanken im Kopf durch die Welt läuft, ich darf bloß nicht langweilig sein, sonst liebt mich keiner, dass das sehr befreiend sein kann, wenn man dann mal stehen bleibt und sagt, ich darf langweilig sein, ich darf so langweilig sein, wie ich langweilig sein will und es muss nur mir passen und es muss nur mir gefallen, ob ich jetzt gerade so sein will oder nicht und es ist absolut okay und wir sind liebenswert, egal ob wir langweilig sind oder nicht langweilig sind, wir sind liebenswert und wir haben es verdient, dass wir uns entspannen dürfen und dass wir auch mal langweilig sein dürfen und entspannen dürfen und den Gedanken wollte ich heute mal mit dir teilen, vielleicht hat er dir ja gut getan und du kennst diesen Gedanken und das würde mich auf alle Fälle freuen, wenn es dich inspiriert hat, wenn es dir vielleicht auch hilft, dich mehr zu entspannen und wenn du dir vielleicht innerlich erlauben kannst, ich darf langweilig sein und mein Leben darf auch langweilig sein, es ist okay, die Erde dreht sich trotzdem weiter und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.